Der Raspberry Pi 5 wurde überraschend vorgestellt. In diesem Video fasse ich dir alle Änderungen und Neuigkeiten zusammen. Der neue ARM Cortex A76 Prozessor besitzt ebenfalls vier Kerne, ist aber mit 2,4 GHz höher getaktet. Die Prozessor- und Grafikleistung soll sich um Faktor 2 bis 3 erhöhen. Außerdem könnt ihr jetzt zwei 4K-Bildschirme mit vollen 60 Bildern pro Sekunde betreiben. Durch einen modularen Aufbau konnte die Geschwindigkeit der USB 3.0 Ports nahezu verdoppelt werden. Das ist zum Beispiel interessant, wenn ihr dort externe SSDs an den USB-Ports betreiben möchtet. Erstmals gibt es aber eine offizielle Alternative dazu. Der Raspberry Pi hat nämlich erstmals PCI Express bekommen, was bei x86 PCs schon seit Jahrzehnten Standard ist. Eine LAN kann über einen Anschluss auf der Platine für externe Heads verwendet werden. Ein Head wird wie ein Hut oben auf den Pi aufgesteckt und erweitert ihn um zusätzliche Funktionen. Durch die vergleichsweise schnelle PC-Express-Schnittstelle ist es nun möglich, ein Head zu bauen, sodass man oben auf dem Raspberry Pi eine M.2 SSD nutzen kann. Das bleibt aber optional. Das primäre Medium ist weiterhin der MicroSD-Kartenslot, der auf der Unterseite verbaut ist. Auch er hat ein Upgrade bekommen und soll nun doppelt so schnell sein, wenn es die Speicherkarten hergeben. Durch die gestiegene Leistung und die neuen Funktionalitäten gibt es auch ein neues Netzteil, das den höheren Energiebedarf abdecken soll. Es ist mit 5 Ampere deutlich leistungsstärker als das bisher offizielle Raspberry Pi 4 Netzteil, dies hatte nur 3 Ampere. Ihr könnt aber auch die alten Netzteile weiterhin verwenden. Dadurch bieten die USB-Ports aber bloß noch 0,6 statt 1,2 Ampere. Das kann bei USB-Geräten mit einer höheren Leistungsaufnahme problematisch sein, wie zum Beispiel externe Festplatten ohne eigene Energieversorgung. Ihr braucht für den Raspberry Pi 5 ein neues Gehäuse. Die USB- und Netzwerkbuchsen sind nämlich von der Reihenfolge her vertauscht worden. Neu dazugekommen ist ein kleiner Einschaltknopf in der Nähe der USB-Typ-C-Buchse zur Stromversorgung. Es gibt zwei MEPI-Schnittstellen, um Kameras oder Bildschirme anschließen zu können. Der Stecker ist aber kompakter geworden. Für vorhandenes Zubehör ist daher ein Adapter notwendig. Ebenfalls neu ist eine eigene U-Art-Buchse sowie der Anschluss für einen Lüfter. Wer den Pi aktiv kühlen möchte, muss nicht mehr auf Drittanbieter-Zubehör zurückgreifen. Es gibt ein offizielles Kühlungs-Kit, bestehend aus einem Lüfter und einem Kühlkörper. Und auch im offiziellen Gehäuse ist nun ein Lüfter verbaut. Dank eingebauter Echtzeituhr vergisst der Raspberry Pi die Uhrzeit nicht mehr, wenn er vom Stromnetz getrennt ist und sie anschließend sich nicht über das Netzwerk holen kann. Damit das funktioniert, wird aber eine Batterie benötigt. Hier kann man im offiziellen Job für 5 US-Dollar einen kleinen Akku kaufen, der einfach an den Raspberry Pi angeschlossen wird. Weiteres Zubehör wurde für 2024 angekündigt. Darunter wird ein offizieller M2-Head sein, den ihr oben aufsteckt, um über PCI-Express eine M2-SSD am Raspberry Pi direkt nutzen zu können. Ein weiterer Head erweitert den Raspberry Pi um Power over Ethernet. So kann man den Raspberry Pi über ein Netzwerkkabel mit Strom und Netzwerkanbindung versorgen, ohne eine getrennte Stromversorgung zu benötigen. Leider ist auch etwas weggefallen, nämlich die 3,5 Zoll Klinkenbuchse, über die man Audiogeräte wie zum Beispiel Kopfhörer anschließen konnte. Die Pins dazu sind noch auf dem Board vorhanden, man könnte also selber eine Buchse auflöten oder man greift eben alternativ auf zum Beispiel Bluetooth zurück, beziehungsweise entsprechende USB-Adapter, mit denen man eine Soundkarte über USB realisieren kann. Was die GPIO Pins angeht, keine Sorge, der GPIO Header ist gleich geblieben. Der Raspberry Pi 5 soll Ende Oktober 2023 schon verfügbar sein. Mittlerweile haben ihn einige Shops für den 23.10. angekündigt. Zum Verkaufsstart wird es bloß zwei Editionen geben mit 4 bzw. 8 GB an Arbeitsspeicher. 1 und 2 GB werden voraussichtlich später folgen. Es gibt nämlich auf dem Board selber eine neue Anzeige, wie viel Rahmen der Raspberry Pi hat und hier sind 1, 2, 4 und 8 GB aufgelistet. Preislich wird die Variante mit 4 GB an Arbeitsspeicher bei um die 70 Euro liegen, zuzüglich versandt. Bis mindestens Ende 2023 sollen alle Raspberry Pi 5 übrigens für Privatkunden reserviert werden. Er wird daher voraussichtlich nicht ganz so krass schnell ausverkauft sein, weil die Firmenkunden bisher da einen großen Einfluss hatten, da gingen viele preis zu denen. Wenn du mehr Details, Hintergründe und auch Vergleiche mit dem Raspberry Pi 4 sehen möchtest, dann schau gerne meine anderen Videos an. In einem habe ich die Neuerungen ausführlicher vorgestellt und eingeordnet. Im anderen zeige ich dir, wie du als einer der Ersten einen Raspberry Pi 5 bekommen kannst. Natürlich werde ich auch zukünftig an dem Thema dranbleiben. Wenn es etwas Neues zum Raspberry Pi 5 oder auch 4 gibt, dann erfährst du es auf ULabs. Tschüss, bis zum nächsten Mal.